Ah, da oben steht die Hütte. Die Hugo Gerbers Hütte. Das sind noch ein paar hundert Höhenmeter. Da geht es runter. Und da ist er fast senkrecht. Der Lärchenwald wird immer grüner. Der Frühling kommt jetzt auch hier hoch. Aber nur zögernd. Das ist zackhaft. Aber das ist eine Filswand. Da räuscht das Wasser totalig. Schmilzwasel. Da räuscht das Wasser. Da räuscht. Vielen Dank.